hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge vom team projekt zusammen mit dem gyni, mit dem chris, mit dem matthias und mit dem ls profi aka justin und mit dem adrskind kai sturm das hast jetzt du gesagt soll ich jetzt sagen was adrsk bedeutet wir haben eine wiese dabei schaschen gerade nädel ich bin falsch gefahren, scheiße haben wir schitz soo marschier soo schaschlig die wiese brauchen wir nicht, kauf ich das feld, dann kann man dem check sein soo wollen wir die deutschland zurückgeben oder wollen wir die noch fürs einfache nutzen, ich weiß nicht wie lange der mf noch braucht was brauchen wir? weißt du was zu richtiger häckselmusik guni, sattel den häcksel ja, ich muss kurz noch russenmusiker machen der russe, junge wer kennt man nicht ich fahr da, boi jungs schön ein paar schwarze ballen hier sind nämlich auch schon wieder am nächsten tag, oder? ja es regnet gleich schon wieder, ich könnte kratzen ja krass 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 krissi gaming hab ich vergessen zu fragen, wie läuft eigentlich die selbstständigkeit gut was bist du schon dran? wir haben abfahrt jungs krissi ey, ich fahr ja bist du schon dran? ja, ein bissl nebenher ja echt? wie lange wird das dauern, bis du oder wie viel musst du noch machen, bis du wirklich komplett selbstständig bist? also jetzt mach ich noch eine Ausbildung fertig und dann bin ich voll selbstständig mhm du willst direkt nach der Ausbildung direkt selbstständig werden ja in welchem bereich, wenn man fragen darf? social marketing und social trending nein, oder? mach lieber irgendwas in Handwerk der macht demnächst äh Teleshopping ich denke, wenn es ihnen gefällt, dann soll er es halt machen ja ja das muss er wieder machen, dem es gefällt haha Teleshopping haha wir kommen zu einem neuen Folge Teleshopping heute stelle ich euch den neuen Mixer 3000 vor er mixt 50 mal beschissener als jeder andere aber ich stelle ihn trotzdem vor haha Digga haha haha oh mein oh ne oh ne Jugga so, so hähn ich ständig oder das neue Luckfuture du lackierst einmal drüber und alle Kratzer sind weg jetzt hast du dich daran gehört wie die andere Seite hey, geil Retour Retour heißt ist schon echt schwer, ne wirst du dann irgendwann selbstständiger Influencer werden? Influencer vielleicht jo jo mit 3 Abonnenten mit 3 Abonnenten mit 3 Abonnenten wow aber ich fahr mal lieber ein bisschen weiter weg das Rohr ist ein bisschen lang das Rohr ist ja ein bisschen zu lang Du lockst das Rohr ist ein bisschen zu lang das Rohr ist ein bisschen zu lang so ich hab vor 9 Meter gedacht 9 Meter Rohr hast du 9 Meter Hexe schneiden wirkt du Keg was meinst du mit dem rohr aber was wollt ihr wie oft rundum was wollt ihr eigentlich nach der schule machen oder ausbildung machen also entweder der IT-Bereich gehen oder handwerklich vielleicht sogar Mädchengestalter wie Mädchengestalter? ja was? warte mal jetzt muss ich mir erklären was machst denn du da? ja Medien gestalten sind in den Zeiten glaub ich was ach so Medien ja ich hab Mädchengestalter ja wie machen sie das? ja ich gestalte halt ein paar Mädchen ja so ungefähr wie der Afterdehner der Afterdehner war nicht haste Tastatur weißt du das? ich hab mal da was sagt das war gerade Digga man hat einfach den rechten Winkel Digga äh die Lüge 120 Grad wie ich nicht meine Fressen nee es waren schon 90 ja Günnie was willst du denn machen nach der Schule? maler Auffällern maler und Lackierer sagst du? ne ja äh Matthias was willst du nach der Schule machen? he 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 Meister echt jetzt? in was denn? Meister Lucifer Meister Prober will er machen Eier Meister Shopper nee sag mal Du bist nach der Schule Junge ja das ist ja das Geile he he jeder hat gelacht he 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 warum kann ich das Gas nicht auskippen Junge? das Gas? das Gas Das Gas also ich will ja nix sagen ja ja ich sag nichts wir tun uns davon scheiße jetzt fällt mir das Wort direkt Nein, du kannst ruhig noch zwei Meter weiter zurückfahren. Wir tun uns davon distanzieren. Jetzt schaffst du, was willst du denn tun? Wenn du klein bist. Danke dir. Wenn er zu lauchig ist. Ja, was willst du denn nochmal werden? Er geht in den Gemüsegarten und pflanzt sich fort. Habe ich mich schon. Voll gepflanzt. Ja, was willst du denn jetzt mal werden? Maure. Maure? Pass auf, da gibt es keine Steine auf dem Fußfeld. Sicherlich, ich kaufe mir extra keinen Helm. Deswegen kauft man sich. Stahlkopf am Fuß. Wahrscheinlich so... 5... Warum ist der Tempomat raus? 5 Fingerhüte an den Zehen. Ja! 90, 96, 96. Ja, 96. Krissi, Scheming. Was willst du denn nach der Schule werden? 99. Wenn ich mehr Ausbildung fertig habe, dann daneben irgendetwas machen. Influencer, ich weiß. Ja. Also, ich zeh mal zusammen. Der Guni, Kai Sturm, will Maler, Lackierer werden. Der Chris will Mädchengestalter werden. Der Matthias will Meister werden. Der Chris Gamer wird Influencer werden. Und ich will Maurer werden. Perfekt. Ich mache eine Berufsstation als Meister. Hä? Dicke. Was hast du denn, oder? Krissi. Was? Der Heckt am Schild. Wow. Der Profi, Dicke. Der Profi. Wenn Lenkachse mal wieder kickt. Ähm, Chris, kannst du mal sagen, was man bei dem Mädchengestalter-Beruf so macht? So genau? Der Mediengestalter halt. Du gestaltest Medien. Ja, aber wie genau erstellst du der Mädchens? Ja, die Hüse. Bei der Mädchens. Der Mädchens. Ich dachte, Chris geht zur Deutschen Post. Ich möchte ja deinen Platz nicht wegnehmen. Nee, lass mal. Bei der Deutschen Post fühle ich mich nicht so. Vor allem mit E-Autos, Dicke. Das ist doch wild, Jörg. Oh, die ganze Dinger sind echt voll gern mal rumgefahren, Alter. Dicke, diese Autos sind rum. Weißt du, was ich an elektrische Fahrzeuge hasse? Es ist, es wächst nicht. Dass, wenn mal einer so brennt, dass man so extra Container haben muss und den ein paar Tage drin lassen muss. Ich frag mich halt, wo willst du denn die kaputten Batterien hin tun? Da sind ja Säuren drinnen. Da ist keine Säure drinnen, Herr Kollege. Da in Batterien ist Säure drinnen. Da ist keine Säure drinnen, hä? Das ist keine Säure, du Spinner. Doch. In Batterien sind gewisse Stoffe drinnen. Da ist da so ein... Beschäftigt dich bitte damit. Ich kann auch ganz einfach meinen Bruder fragen. Der macht da Fachbegriffe raus, Alter. Die hast du niemals gehört, ey. Ja. Oder was denkst du, was sonst in der Batterie drin ist? Lithium Eisenphosphat. Da sind gewisse Flüssigkeiten in der Batterie drin. Die kannst du ja nicht irgendwo einfach so hinschmeißen. Die kommen und recyceln, du Spinner. Ach, ist mir neu. Das Ding ist, irgendwann sind die halt einfach ausgesaugt. Was? Irgendwann können die keinen Strom mehr speichern. Sicherlich nicht. Ja, wenn du die über den Winter halt... Ja, wenn du halt zehn Jahre so gefühlt nicht mehr benutzt, dann ja. Das Ding ist, das Ding ist ja auch, wenn jetzt jeder bei uns im Dorf zum Beispiel, die Hälfte des Dorfes alle in ein Elektroauto fahren. Und dies abends jeder an die Elektro steckt, du... 690, 97, 98, 99, 100. Wer hat denn... Aber ich meine jetzt, wenn jetzt jeder, genau jeder abends punktgleich sein Auto ansteckt an Strom. Wie soll denn das funktionieren? Geht nicht. Da lebst du das ganze Auflauf. Wir haben ja noch nicht mal ne dauerhafte Quelle, wo wir genug Strom für kriegen. Das Ding ist, wenn du... Aber natürlich... Nein! Haben wir eben nicht. Danke Verkehr, vielen Dank dafür. Wir wollen jetzt die Atomkraftwege abstellen. Wir wollen jetzt noch Kohle abstellen. Wo willst du denn die ganze Energie herkriegen? Wir in den Ausland. Frankreich baut das Zeug, dass wir es kaufen können. Dann können wir... Das ist ja der Witz. Dann müssen wir den Strom aus dem Ausland abkaufen. Wovon wir nicht den Strom richtig hinkriegen. Das Witzige ist... Wir schalten die Atomkraftwerke ab. Warte mal, warte mal. Frankreich baut welche. Sicherlich. weiterreden. Ja. Chris, das schaffst nur du, oder? Der Verkehr hat mich umgeschubt. Ja! Alles klar! Ey! Biste Ausreden. Der liegt gerade wirklich auf der Seite. Mit dem Gabelstapler, sagst du? Aber... Der Verkehr hat mich wirklich umgeschubt. Wir stellen jetzt Atomkraftwerke ab. In China und so weiter... Frankreich baut 65. Nein! Frankreich baut bis... Frankreich baut bis... Ich könnte mir auch ziemlich gut vorstellen, dass die Atomkraftwerke von uns in Frankreich nicht aufgebaut werden. Nein, nö. Die bleibt mir auch stehen. Die bleibt mir nicht. Es ist so lächerlich. Und dann müssen wir wie noch Strom extra ankaufen. Weil wir nicht genug Strom hinkriegen... Wir müssten 9000 Windkrafträder pro Jahr bauen. Wo willst du die alle hinstellen? Jährlich. Also mehrere Jahre lang. Ja, wo willst du die alle hinstellen? Das kann ich schon vergessen. Dann haben wir irgendwann keine Umwelt mehr. Dann haben wir gar nichts mehr. Dann hast du irgendwann... Dann hast du vor deiner Haustür in den Windrad... Dann hast du vor deiner Haustür in den Windrad... Aufm Haus drauf. Juhu. Das Ding ist, dann hast du keine Wälder mehr aus Bäumen, sondern aus Windkrafträdern. Ja. Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß ja nicht, wie ihr dazusteht, aber ich hätte die Atomkraftwerke einfach weiterentwickelt und geguckt. Weil das ist aktuell das sauberste, was du neben Wind und Solar machen kannst. Das ist genau so. Wasserstoff eingeführt. Ja, da kannst du auch nicht die Energie mit leisten. Weil du kannst keinen Traktor... Du musst... Traktoren zum Beispiel musst du mit Diesel laufen lassen. Weil mit Strom... Wie willst du denn ein Elektro-Traktor... Weil stell dir mal so vor, ein 1050 mit E-Motor. Der hat erstmal 100 Tonnen eine Batterie dabei. Wie groß soll denn der Traktor bitte schon werden? Ein Kilometer groß. Der kann einen Anhänger hinter sich ziehen, damit er eine Batterie mitnehmen kann. Die Grünen, die sind ja dafür, dass wir ja alles erneuerbar und toten Teufel... Ja. Ja, wo kommt das Zeug her, wo die Akkus brauchen? Auf Kinderarbeit. Also... Nach... Nach den Grünen her... Wir sind gegen Kinderarbeit. Ja. Aber sowas fördern's bitte. Wo Kinder abhauen müssen. Sicherlich. Na sicherlich. Mit... Keine Ahnung... 7, 8 Jahren. Sicherlich. Warum? Chassel ist doch 15. Können Sie mal kurz ein Stück. Danke. Das ist nur die Frage, wen es interessiert Matthias. Die kriegen ja nicht mal Geld. Nicht! Das Problem. Also... Das Ding ist, nach den Grünen her ist es demnächst äh... Diesel Standardpreis 1,80. Das Ding ist... Die hier... Tun alle Diesel-Haten tot und Teufel. Dies ist das sauberste Auto, was es gibt. Ich wollte schon sagen... Dies ist das sauberste... Äh... Brennstoffe... Vor allem... Das Interessante ist... Mit was... Mit was kommen Politiker immer zu... In andere Länder und tot und Teufel? Mit Flugzeug. Mit dem Privatjet. Sicherlich. Genau. Privatjet. Und mit was läuft's? Kerosin. Und das... Und das ganze Scheißzeug... Soll angeblich... Nicht so schlimm sein wie Diesel, oder was? Also... Es starten tagtäglich keine Ahnung wie viele hunderte Flugzeuge. Und diese... Die sollen angeblich äh... Umweltschonender sein... Wie so scha... Wie scheiß Dieselmotoren. Also ich glaube das... Was die... Ja... Wahrscheinlich... Alter... Das hebt einen Meter ab... Dann muss es wieder landen, weil es leer ist. Au... Au... Scheiße... Bis Frankfurt schaffen wir nicht... Ja... Wir müssen vorher... Irgendwo anderswoche langer landen... Du... Zwölf Stunden später... Wir können weiter... Weißt du... Ey... Wir müssen nach Malle fliegen... Sorry... Das tun wir vor... Der Flug... Der Anknopf... Hat drei Wochen Verspätung... Wir müssen zu viel tanken... Ey... Viertelstunde geflogen... Erstmal zwei Stunden... Äh... Bis zum nächsten Mal.